Und willkommen zu GTA San Andreas The Meat Business, heißt die nächste Mission, die wir jetzt starten. Viel Spaß! Hey, what the fuck are we gonna do? Any minute now, some Mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, Dean. All right. Let's turn this town off. That's what I'm saying. So where are we going? Details, details. Let's just get there. Rack him up, Macca. What's the matter with you? Okay, alles klar. Warum auch nicht? Bring Rosenberg zum Schlachthof, okay? Ich werde jetzt den Heli nehmen, den wir da hinten geparkt haben. Den nehmen wir auch. Nehmen wir den Park. Okay, Bossman. Where to? We're gonna pay the Sindaco's visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. Take your body in. Okay, great. We need a car. I gotta get out of this thing. Shit, my nose is fencing like a race or... That is really good stuff. Drive that. Come on, come on. What, you gonna leave? So you're trying to get out? Yes, God, yes. I wanna do something safe and legal and boring with people that like me and have a wife, some fancy and boring, like we can access, like everybody else. Listen, I'll see what I can do. Thanks. I'm just so tired of all this life. That bullshit. Ah, shit. Shit's all down my damn shirt. Oh, my bad shirt. I'm gonna do something. I'm gonna do something on me. So. Okay, let's get this over. I'm the boss. I am the boss. I am the boss. Sicherheitshalber bewaffnen wir uns einfach mal. Da ist der Schlachthof. Jetzt bin ich mal gespannt. Schießerei? Nein. What's going on? Did you forget something? No, look. You go on in. I'm gonna wait. Uh, look. You gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can. But please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay. Chill. Shit. This can't look good. Listen. Everything gonna be okay. Just remember. You're the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. Damit muss er auch wissen. Hey, Boys. Tell your boss, that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, uh, how's Johnny? He's doing much better. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey, Ken. Oh, my Christ, this fucking thing. Ken, how's that? How you doing? Pretty good. And you? I still got a little bit of the night terrors. Touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. Yeah. And who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, my God. Oh, God. It's him. Oh, my heart. 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 Oh, damn. That nigga fucked up. Hahaha. Hahaha. Toll. Der Typ brennt. Oh, shit. Wir haben, ich glaube, wir haben ein kleines Problem. I got the extinguisher. I got the extinguisher. Take those guys out. Now, put out the flames. Geht nicht. Okay, so läuft's. What are you waiting for? Screw this. I'm gonna hide in the freezer. I'm gonna shit. Oh, 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 oh. What the fuck? What the fuck? I'm screwed. Now, put me crack. We gotta do something. Now you've been doing in this asshole. Alter, sind das viele. Stay cool. Well done, Mr. Jane. Stirb. Oh, you're too calm. Will da nicht rein. Stirb. Stirb. Das machen wir jetzt anders. Oh. Oh. Ha, 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 ha. So muss das. Alle Zeugen sind tot, perfekt Komm mal raus da Mann, raus Raus Oh Haha Ups Oh Gott, da draußen wartet bestimmt eine Überraschung Oh Gott, ich will da gar nicht raus Oh mein Gott, ich will da, nein, bitte nicht Oh nein Oh nein, bitte nicht, oh Gott, im Himmel, nein Okay, niemand da Ab in den Eli So kann uns auch keiner verfolgen, ist das nicht gut? Oh oh So, ein Sanft absetzen Da wären wir Ja, er kommt doch Okay, wir müssen schnell was fressen Sonst kriegen wir hier noch Probleme Okay, unser Helis weg, cool Aber egal, wir müssen schnell was essen gehen Und dann kann es euch auch schon weiter gehen Da hinten ist ganz zufällig ein Restaurant Jetzt sind wir dann vorbeigefahren Ach, du bist das so bescheuert Was wollt ihr lieber, Hähnchen oder Burger? Ich würde sagen Burger Oder Hähnchen, Hähnchen, nehmen wir Hähnchen Wo ist der Eingang für Hähnchen? Da ist weiter Eingang für Hähnchen So Schießerei Was auch sonst Es gibt hier gar nichts anderes mehr in dem Spiel Cock-a-doodle-clack-a-doodle Nö Ich will doch kein Happy Meal Ach, das ist mir zu viel Grünzeug Ich will dir einen fetten Scheiß Genau, gib mir Baby Eins, zwei, drei So, das reicht Genug gefressen für heute Fett haben wir wieder ordentlich aufgebaut Muskeln sind wir ordentlich am abbauen Das war ja ganz am Anfang von diesem Let's Play hier Ziemlich schnell, ziemlich weit oben Und dann haben wir unseren Körper so ein bisschen vernachlässigt Wenn man das so sagen kann Oh, wer will was Definitiv Das war unsere Freundin Oder Ex-Freundin Die scheinbar immer noch nicht über uns hinweg ist Obwohl wir nichts mehr mit ihr zu tun haben Ich meine Sie hat uns ausgetauscht Gegen so einen komischen Typen Von daher Was will die eigentlich? Naja Was soll's Wir gehen weiter zum D Für was das D auch immer steht Ich will es Wahrscheinlich gar nicht wissen Wenn ich es weiß Dann weiß ich es Aber dann will ich es auch nicht mehr wissen Weil ich es ja schon weiß Oh und die Wusi-Missionen sind auch wieder verfügbar Das sehen wir an diesem Gelben Weiß nicht Triaden-Symbol da Aber jetzt ziehen wir uns erstmal hier das D rein Royal Casino Mad Dog Was soll's money in der Casino Wenn wir selbst Ey Mad Dog Was ihr an hierher Wohntd Wohntd Ich bin Ich glaube nicht Ich glaube nicht Du hast Ich denke Ich bin Das ist Es ist Es ist Es ist Nein Dad Du 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 Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Mein Mann Ich bin nossos Und Die Das Das Was Wohntd Shit is rough all the kids like this loco G or whatever the fuck his name is some fake ass gangster rapper bullshit liquor's my only friend You just need a new manager, baby, you're looking at it. I hate y'all come in off that land Don't fuck him out of jump, but we got good money on this. Yeah, good odds to damn this town's cold I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump Hell no, I gotta kiss this fool Alles klar Was ist los bei dem? Suche einen Weg, Maddox zu retten, bevor er springt Nimm den Van um die Ecke um Maddox zu retten. Okay, okay, okay. Schnell, 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 schnell Sorry, Typ. Ich brauch ganz dringend ein Van Hey, that's my truck Sorry Notfall Okay, wir fangen ihn auf, wenn er springt Ja, dann spring halt Bin bereit Yes Vorsichtig ins Krankenhaus. Jeder Zusammenschuss verringert seine Überlebenschancen Time to take your sorry ass to rehab, you drunk and idiot Am I still the top rapper, dude? Best there ever was Second to nobody else, homeboy And the name's Carl Thanks, Carl Oh, ii Gott sei Dank ist nicht mein Auto Okay, wir sind vorsichtig So vorsichtig, wie es in dem GTA-Universum halt nur geht Wir scheißen auf die Straßenverkehrsordnung Und bauen einfach keinen Unfall So einfach Das verstehen die hier unter vorsichtig Ausgerechnet OG Log, den haben wir doch hochgezogen Oh, das war knapp OG Log, wie geht's dem eigentlich? Ich würde mich echt mal interessieren Was der so treibt, scheinbar scheint er ein richtiger Rap-God zu sein, wenn man Mad Dog glauben kann So, da wären wir Da ist das Krankenhaus Gut, wir sehen uns in der nächsten Mission Bis dann und tschüss Bis dann, bis dann Bis dann, bis dann